Die Galerie Intershop realisiert mit Can't Touch This ein Ausstellungsprojekt unter Pandemiebedingungen. Der zunehmenden Vereinzelung zum Trotz wurden die Arbeiten von 19 KünstlerInnen unterschiedlicher Disziplinen auf dem Gelände der Leipziger Baumwollspinnerei zusammengebracht. Die kaleidoskopartige Schau lädt digitale BesucherInnen zu einem künstlerischen Gruppenausflug in das weite Themenfeld der Berührung ein. Das in der Kunst seit jeher gebräuchliche Berührungsverbot hat in Zeiten von Covid-19 auf unseren Alltag übergegriffen. Die vielen neuen Verbote und Verluste machen schmerzhaft deutlich, wie existenziell Berühren und Berührtwerden in allen Bereichen unseres Lebens sind. Wir müssen Strategien entwickeln, um Berührung auch ohne Physis zu ermöglichen. Kunstbetrachtung bietet seit jeher diese Möglichkeit. Mit taktilem Blick können wir hier begreifen, ohne physisch zu tasten, können Berührung im Imaginativen hervorrufen und werden auf diese Weise ergriffen. Mit der Gruppenausstellung Can't Touch This eröffnen die teilnehmenden KünstlerInnen der Produzenten Galerie Intershop einen digitalen Kunstraum, in dem sich BesucherInnen aus sicherer Entfernung beeindrucken, bewegen und berühren lassen können. Untertitelung des ZDF, 2020 Berührung der deutschen Kirchner Intershopen www.rlingsteprachtung. Sandra